ich streame sogar fast täglich oh Batterien dürfen nicht zu heiß werden ich kann die Heizung ja niedriger einstellen so der elektronische Schmelzofen ich habe das unsichtbare Getränk und ich glaube ich habe zu wenig Metall wieder, Stahl aber ich finde die Musik ja unglaublich entspannt aber Sonntag Stream habe ich echt schon lange, Steve Craft schon seit ewig ach, hier ist der Groob mal zusammengebrochen aber dem ging es ja schon immer nicht so gut nur die Schmelzofen und ich muss jetzt schon mal zusammengebrochen 50 leckere Mahlzeiten Kann er ja mal versuchen Wir haben ja eigentlich genug unterschiedliche Obwohl wir haben sehr viel Kartoffeln immer noch Komm ich hab so viele Da können die auch Kleidungssachen da ablegen Dann machen wir die äußeren für Waffen Obwohl Ach ne doch nicht Lassen wir die Kleidung rechts rein Dann können wir die noch weiter verkaufen Ich peile dem auf 18 Grad an Nicht dass die Batterien wirklich zu heiß werden Wie kann man eigentlich die Effizienz der Batterie steigern Wenn da fehlt Waren und Geladene Batterien Können explodieren Wenn sie nass oder heiß werden Aus den 18 Man muss doch irgendwie die Effizienz hier höher kriegen Als 50% Habe ich hier unten gar kein Gar kein Orbital gebaut Bei dem neueren Lager So der kann bleiben Auf 21 Grad Äh Steve WoWs habe ich schon lange Nix mehr drin gehabt Achso Leckeres Essen braucht Fleisch Okay wusste ich nicht Aus Pflanzen und Fleisch Hüppige Mahlzeit brauche ich eine höhere Fähigkeit Naja müssen wir auf den normalen Mahlzeiten noch bleiben Beziehungsweise die Einfachten Weil ich habe nichts Womit ich gerade übermäßig Fleisch produziere Hauptsache sie verhungern nicht Du warst doch der der nicht schießen konnte Du kannst schießen Hast aber nur den Pillar Den Pillar kann der glaube ich auch nur einmal schmeißen Zähme Wildschweine Und dann Fällt von dem automatischen Fleisch ab Und dann Kältewelle. Eine ungewöhnliche Kältewelle hat begonnen. Achte auf Erfrierungen und Ernteausfälle. Dabei sollte der Kram hier oben eh nicht mehr wachsen. Sehr überraschend. Schnee. Minus 17 Grad. Oh mein Gott. Das schafft meine Heizkörper nicht. Es liegt an den Holzwänden. Jetzt kann ich die Holzwände nicht mitten im Winter austauschen. Well done. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oko. Oh. Oh mein Gott. Das sieht ja super aus, wie ich jetzt um die Holzwelle wirklich Steinwelle baue. Na, wenigstens erfrieren sie nicht, also die Temperatur hält sich ja noch ein bisschen. Wenigstens im Flur ist 21 Grad fast. Ja, alle Pflanzen draußen sind schon mal tot und innen drin ist ein bisschen schlecht mit der Temperatur gerade. Oh, wir haben hier ja noch Gräber. Können wir auch mal aufbauen. Genau, ausdruckslos. Bringen 75 Stahl. Braver Hund. Jetzt wird es langsam echt kalt. Oh, das gute Nashornleder. Warum erfriert der nicht? Weil der Grube ist immer schlecht drauf. Da ist 16 Grad, hier haben wir 19 Grad. Im Lager darf es ruhig ein bisschen kälter sein, genauso wie hier. Hier haben wir 15, 16 Grad, da wachsen die Pflanzen noch und sterben nicht ab. Vor dem Ausgang des Schlafbereichs ein Wind fangen. Ja, das wurde schon mal gesagt. Warum will da eigentlich keiner den Schnee räumen? Verbrämmen wir nur eben die ganzen Leute. So... Alle Gebäude verbinden. Guter Zeitpunkt für einen Angriff. Erfrieren die nicht einfach schon vorne. Ach ne, die werden von dem Alien sogar angegriffen. Nein, Öl! So Flo, hau ab! Leute, ihr macht mich fällig! So Flo, hau ab! So Flo, hau ab! So Flo. So Flo! So Flo. Komm, rette den Blau mal. Da wird doch gleich einer kommen, die helfen. Komm, rette den Blau mal. Da hat er ihn abbekommen. Ein Schnitt durch den Langbogen. Rippe zerbrochen. Quetschung. Ich kann das Vieh oben nicht zu meinen Geschützen locken. Wird er das Feuer nicht löschen, Freunde? Nö, die wollen sich um das Ding umkümmern. Das kann ja nur Lore sein, der schlechte Laune hat oder grob immer. Ah, jetzt. Treff den auch mal, bitte. Ah, endlich. Ja, ich habe im Moment kein Gefangenenbett. Machen wir mal hier raus ein Gefangenenbett. Dann holen wir uns den Typen oben. Ich habe keine Angst vor dem Feuer. Das wird eh wieder ausgehen. So, jetzt kommen wir noch einigen Mist verkaufen. Zum Beispiel die Mützen. Ein goldener Militärhelm. Oder dieses Stammeskleidung. So, das Eichhörnchen können wir mal verkaufen. Die Alpakas behalten wir. Was ist eigentlich mit dem? Kinder, warum wird der nicht verbrannt? Kann ein toten Mensch nicht begraben? Dann hatten wir wahrscheinlich noch keine Zeit, ihn ins Feuer zu schmeißen. Ich kann ja versuchen, ein bisschen mehr Temperatur reinzupumpen. Ich glaube, das bringt einfach nichts. Dafür ist einfach viel zu kalt. Elefantenfleisch! So, du darfst Kräutermedizin haben. Und wir können versuchen, ihn anzuwerben. Guter Nahkämpfer, guter Farmer. Warum nicht? Ich habe die auch nur ausgemacht, damit die Akkus nicht zu volllaufen. Hihihi! Mit dem Raumschiff. Ich habe das Raumschiff mal gar nicht angefangen. Ich sollte mal das, äh, den anderen Stahl abbauen. Ich weiß, dass der auf jeden Fall hier irgendwo ist. Komprimierter Stahl. Komprimierter Stahl. Das Golderz. Das Golderz. Das Golderz. Das Golderz. Ach, Moment mal. Ich habe doch auch ein Produktion elektronischer Schmelzofen. Obwohl, dafür deinstalliere ich den. Dann machen wir da einen elektronischen Schmelzofen hin. Dann können wir auch diese Schlacke Dinger auseinander nehmen. Wenn wir mit einem Stahlschlacke Brocken zusatmen, mit geringem Volumen, wie zum Beispiel Gold, benötigt 20 mal so viel. Warum der DIN nicht verbrennt einfach? Kann nicht sein, dass die gerade so viel zu tun haben. Da ist eine Stahlbahn, da sind bestimmt hinter Mechanoiden. Da. Da. Ich kann es sagen, dass man nicht so viel orbitale Funkfeuer haben kann. Ich kann die ganze Map zuspannen, danke, Phil. Tipp geht einer ab auf Plalstahl. Ah, der Kälteeinbruch ist vorbei. Jetzt gibt es normale Wintertemperaturen, aber wie soll ich das verstehen? Warum denkt der in der Tritt ausgefranste Kleidung an? Er hat da echt gute Kleidung an. Ah, ah, das ist unser neuer Rekord. Hat erst mal einen guten Cowboyhut geholt. Wüsste auch schon mal eine Pistole aus sofort. Und wir haben erfolglich ein Wildschwein gezähmt. Jetzt geht es aufwärts. Eine Vorratskapsel mit Hühnereiern. Das wäre schön, wenn man die schlüpfen lassen könnte. Aber es gibt, glaube ich, unbefruchtete und befruchtete Eier. Oh, und das zweite auch. Ja, ich weiß, ich soll ihm nicht alles beibringen. Aber gehorsam darf es ruhig sein. Danke, tragen wird mir noch erlaubt. Ach, tragen kannst du nicht lernen, weil das Tier zu doof dafür ist. Ich bin den Mörser einmal im Forschen gerade, ja. Aber ist noch ein bisschen. Noch eine Vorratskapsel. Ah, ne, er ist mir zu nah an dem Ding hier. Forschung abgeschlossen, Mörser, gerade drüber geredet. Aber wie wäre es? Okay, das ist mir da. Ja, so viel Stahl habe ich auch nicht. Sieht ein bisschen aus, wenn es schon wieder Frühling wird. Dabei ist gerade mal erst der 9. Dezember. Also beziehungsweise es ist jetzt noch ein Tag. Mörser sollte auch in deiner Basis direkt sein und nicht am Eingang. Also können die sehr, sehr weit schießen. Aber ich würde die trotzdem in der Nähe vom Eingang setzen. Moment. Man kann keinen Kreis sehen, deshalb kann ich nicht sagen, ob ich im minimalen Kreis bin oder nicht. Ich bin nicht so weit. wieder Fleisch so ja nach und nach entwickelt sich unsere Kolonie ja beziehungsweise wir bauen jetzt auch endlich mal hier den Plastal ab, damit wir das Raumschöpflings anfangen können zu bauen aber wir müssen jetzt Feierabend machen weil es ist schon spät, morgen Arbeit ist meine aktuelle Ausrede in dem Sinne erstmal Tschöle nach YouTube